Auf die Bewohner in beiden Bereichen wartet eine haarige Challenge. Zu den folgenden Bildern kann man nur sagen, wow, that escalated quickly. Wohner, Raumstation, beide Bereiche spielen heute für einen großen gemeinsamen Gewinn. Eine Megaparty für alle auf dem Big Planet. Eure Aufgabe ist es, insgesamt 35 Gramm eurer Haare abzustellen. Das ist bei mir schwierig. Dabei ist jedes Körperhaar erlaubt. Ihr bekommt dafür Scheren und Rasierer sowie eine Waage und habt insgesamt 30 Minuten Zeit. Für mich ist das kein Problem. Friseursalon Aogo ist eröffnet. Also ihr könnt alle Haare von mir haben, nur nicht die auf dem Kopf. Wie sieht das mit deinem Sack aus? Scheiße, ich habe keine Haare. Du willst raus! Die Sackhaare möchte ich bitte selbst abmachen. Was wir alles für eine Party machen, ne? Die Mädels werden ihre Haare nicht abschneiden. Ich weiße, Schatz, überall so ein bisschen. Aber das ist das. Melle, hör auf! Nein, nein, übertreibst du nicht. Ich probiere jetzt mal, wie das aussieht. Das ist ein Zweizempel. Oh Gott. Guck mal, Automatisch. Warte mal, wenn ich das so rüber mache. Ach du Scheiße. Vielleicht opfern wir ja viel mehr als die oben. Alter Sack ist schnell geschnitten. Ist kurz gleich. Oh mein Gott. Komm her. Oh Scheiße. Ich mache den geraten hier so. Oh Scheiße. Geh mal jetzt rüber. Es wird alles oder siehe heute hier. Ja, mach so ein Zentimeter. Wenn es zu viel ist, dann heule ich. Oh, du Scheiße. Ich verzichte auf die Party. Oh, fuck. Ich spende auch eine Extension-Strecke. Ja, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ihr seid doch alle so krass. Was hast denn du gemacht? Ja, ich das war das. Komme, was soll denn das? Jörg. Ja, was hast denn du gemacht? Die ganze Nacht geheult. Ja, das glaube ich. Ich finde auch Haare schlimm. Das war für mich letztes Jahr so schlimm. Ja, was ist sowas, ne? Die meisten Haare geben wir hier. Ja, sind auch. Guck mal. Ich mach hier. Nee, warte. Warte mal. Ich mach hier einfach einen schönen Cut rein. Und mit das auch gerade nachher ist. Ah, jetzt reicht's mich. Was, ey? Nee, kein Bock mehr jetzt hier. Danny. Sag mal, bist du beklatscht? Komm, mir, scheiß drauf. Ich zieh jetzt auch durch. Scheiße. Wo hast du denn da, Alter? Komm, mach mal weg, Mel. Jetzt reicht's mich. Ich hab geschnauht zuvor. Scheiße. Dann ist es jetzt so. Ich mach das Projekt nur einmal und das ist gut. Alter, du hast geknallt. Da ist das Ding. Der unten kann aufhören. Big Brother, wir würden dann gerne die Party alleine machen. Das machen die dann da unten ja jetzt nicht. Alter Schwede. Oh, jetzt ist es vorbei. Siehste? Okay, das dürften vermutlich genügend Haare für die Party sein. Mit dem Zeug kann man ja einen Hund bauen. Einen Langhaardackel sogar. Mit Jagsbeigabe vermutlich eher einen Rauhaardackel. Oh, ja! Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja.